Oh, nein! Wo ist der Penner hin? Weg jetzt! Wooh! Das ist ja wohl echt ein Scherz, ey! Was? Ah, falsche Richtung! Ah, ich höre ihn! Ah, ich muss rennen! Ah! Mach doch endlich hin, du scheiß Aufzug! Lass mich rein! Geh zu! Oh, das hört ja überhaupt nicht mehr auf! Ja, genau! Der kommt ja immer mehr! Das ist ja der Wahnsinn! Was? Ah! Schieß doch! Nein! Wo ist der Wichser? Dieser komische Monster-Zombie! Ich bin ja froh hier weg! Ich bin ja froh hier weg! Mach doch auf! Aaaaaah! Aaaaaah! Das kann doch alles nur ein schlechter Scherz sein. Ach ne, nicht die Teile schon wieder. Das ist ja wohl echt ein Witz, ey. Alter. Fick dich, du Drecksteil. Lol. Wo starte ich denn jetzt wieder? Ach so, und dann auch noch. Alter, nervt doch nicht. Ist der Banane? Ja. So, ich muss mich jetzt aber ein bisschen sputen hier, wa? Ist ja noch irgendwas versteckt, was ich nicht finde. Da. Du kannst dagegen anpassen. Dann werde ich dich nie wiedersehen. Das ist die einzige Möglichkeit. Du musst dich tun. Hier ist nichts mehr großartig in dem Raum, wa? Ja, doch. Den Raum nehme ich mir jetzt mal. Wollt, ich habe fast keine Muni mehr. Was? Das war jetzt ein Scherz, oder? Das ist es jetzt nicht gewesen, oder? Am Arsch, Alter. Dafür habe ich ja wenigstens den Energieknoten wiedergekriegt, ey. Oh, dieses Regenerationsviech. Wo ist das? Das kann es doch noch nicht gewesen sein. Oh, das sieht nach Shop-Speichern und allem aus. Sehr gut. Aber ich habe trotzdem irgendwie keinen Anzug mehr gekriegt. Ich glaube, ich bin bestimmt dran vorbeigelaufen. Ey, ich meine, ich habe 110.000 Credits, Alter. Das ist... Ich habe ja nichts mehr zum Kaufen hier. Neue Waffen gibt es hier auch nicht mehr. Flammenwerfer. Ja, pff. Hier, das ist wichtig. Die Muni brauche ich jetzt. Äh. Gut, wie sieht es denn im Inventar aus? Davon habe ich jetzt genug Muni. Davon ein bisschen zu wenig. Davon auch noch reichlich. Was kostet die Muni denn hier? 25 Schuss, 1250. Das ist ein bisschen viel, wa? Egal, kaufen. Ich habe genug Geld. Und nochmal einen IQ-Knoten. Ich meine, wo ist der Anzug? Schade auch. Verbessern wir jetzt halt nochmal ein paar Sachen hier. Der Detonator macht mir eindeutig zu wenig Schaden, ey. Aber ich habe hier nur einmal die Trefferpunkte erhöht. Das ist... Ne, zweimal. Das ist echt ein bisschen wenig, muss ich sagen. Aber wenn ich jetzt wüsste, dass jetzt kein Anzug mehr kommt oder sowas, dann würde ich ja alles in die Dinger reininvestieren, in die Energieknoten. Ach, hier muss ich auch noch reininvestieren. Bitte. Das war's alles. Die Konvergenz ist fast gekommen. Triff mich beim Marker. Hey, ich treff dich beim Marker, ey. Kapitel 15, Junge. Wow, wow. Was ist das denn? Ah, schieß. Nein. Nein. Lass mich nicht von euch verarschen, ihr Drecksviecher. Ach, nein. Das ist ja wohl ein Scherz, ey. Wo muss ich denn hin? Alter, was die alles aushalten. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Aua. Wow. Wie gut, dass ich mir 100 Schuss von dem Scheiß gekauft habe, ey. Und gut, dass ich dem Ding gerade vollen Damage mal gemacht habe, hier. Dieser Minenschleuder-Kacke hier. Da kommt... Na komm, du Pissnäcke. Komm schon. Wo denn? Da ist er. Da, du Mongo. Und friss jetzt noch einen. Ah, nein. Läuft. Das war knapp. Alter, geht ihr mir auf die Nüsse, ey. Du hast die Fresse mit deinem Gerotze, ey. Alter, es ist doch voll die Farce, ey. Alter, ist das kranke Scheiße. Jawoll, Junge. Ah! Nee. Da bringt nur Stase, Stase, Stase. Muni, Muni, Muni. Und noch mehr Stase. Mama, falscher Weg. Wo muss ich denn hin, verdammte Scheiße? Achso. Komm, hau ab. Lass mich bloß durch, ey. Alter, ihr seid doch krank, ey. Scheißentwickler. Komm, mach Platz, du Mongo, ey. Halt bloß die Fresse, ey. Alter, voll Panik, ey. Speichern. Scheißentwickler. Scheißentwickler. Ich hab keinen Medikit mehr. Scheiße. Ich hab keinen Medikit mehr. Das überlebe ich doch niemals. Boah, was und jetzt? Wo muss ich denn hin? Leute, ich muss da hin. Ja, ist klar, ey. Ja, ist klar, ey.